Der sogenannte Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618 ist es dann, was zum Ausbruch dieses 30-jährigen Krieges führt. An diesem Tag stürmen bewaffnete protestantische Adlige die Prager Burg und werfen dann drei Beamte des Kaisers hinaus, das waren katholische Beamte, und zwar Jaroslav Borsita von Martinitsch, Wilhelm Slavata und Philipp Fabricius. Und eben durch dieses Herauswerfen aus dem Fenster hatte man ein symbolträchtiges Ereignis geschaffen und das führte jetzt zum militärischen Konflikt. Die drei Personen selbst, die aus dem Fenster geworfen worden sind, haben übrigens diesen Sturz überlebt. Es kommt zunächst zu sehr wechselhaften kriegerischen Aktionen. Beide Seiten können sich zunächst einmal nicht durchsetzen. Sowohl die Protestanten als auch die Katholiken feiern Erfolge, müssen aber genauso auch Niederlagen einstecken. Am 19. August 1618 setzen dann die protestantischen Böhmen Ferdinand als ihren König ab. Ferdinand war seit 1617 König von Böhmen, allerdings nur neun Tage später wird dieser Ferdinand zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt und damit war eben klar, dass die Auseinandersetzung gegen Böhmen jetzt auch auf persönlicher Ebene stattfinden sollte. Nachfolger von Ferdinand wurde im Übrigen Friedrich V. von der Pfalz und das war zu der Zeit der Anführer der protestantischen Union. Ferdinand II. setzt also jetzt den Krieg fort und er schafft es, Herzog Maximilian von Bayern zu überreden, dem Krieg beizutreten und macht ihnen aber dazu auch Zugeständnisse, denn Herzog Maximilian wollte zunächst nicht in diese Angelegenheit einschreiten. Durch diesen Beitritt von Herzog Maximilian sind die Protestanten dann in der Defensive und so ist es auch, dass die Protestanten jetzt nur noch auf die Verteidigung ihres Gebietes aus sind. Im März 1620 schafft es Kaiser Ferdinand dann, die protestantischen Reichsfürsten an sich zu binden, eben die kaisertreuen Reichsfürsten. Das waren unter anderem die anderen Kurfürsten, die ihn erhoben haben und damit sollte eben der Widerstand der Protestanten zum Scheitern verurteilt sein, denn eben noch nicht einmal die eigenen protestantischen Fürsten unterstützten eben die böhmische Erhebung. Am 3. Juli 1620 kommt es dann zum Ulmer Vertrag. Dort schließen die katholische Liga und die protestantische Union ein Neutralitätsabkommen und das war eben noch ein weiterer Schlag gegen Friedrich V., der doch eigentlich der Anführer dieser Union war und in Böhm für die Freiheit der Protestanten kämpfte. Und so kommt es, wie es kommen muss. Am 8. November 1620 findet die Schlacht am Weißen Berg statt, die böhmischen Truppen werden besiegt, Friedrich V. muss flüchten und wird dann unter Reichsacht gestellt und die protestantische Union löst sich dann im April 1621 auf. Zugleich war allerdings Friedrich V. auch noch Kurfürst von der Pfalz und diese Pfalz wurde dann auch noch besiegt. Im Sommer 1620 besetzen spanische Truppen zunächst die linksrheinischen Gebiete, damit war eben ein Teil der Pfalz schon besetzt und im Sommer 1622 schafft es die katholische Liga, dann die rechtsrheinischen Gebiete zu besetzen und damit hatte man eben auch das Stammland von Friedrich V. erobert und so kommt es, dass Friedrich V. am 23. Februar 1623 seine Kurwürde verliert und Maximilian I. vom Bayern dann Kurfürst wird und auch noch als Belohnung für den erfolgreichen Krieg die Oberpfalz erhält. Damit war der erste Teil dieses 30-jährigen Kriegs zu Ende gebracht, mit dem Resultat, dass die katholischen Truppen die Oberhand behalten haben. Dann kommt es zum dänisch-niedersächsischen Krieg und zwar hat Frankreich eben Angst vor einer habsburgischen Hegemonie in Europa und so führen sie eine sehr stark anti-habsburgische Politik und deren König Ludwig XIII. schmiedet jetzt ein Bündnis bestehend aus den Engländern, der Niederlande und Dänemark und dieser dänische König, das ist Christian IV., wird jetzt unterstützt und soll eben in Norddeutschland aufmarschieren und so eigentlich auch in den Krieg ziehen gegen Kaiser Ferdinand II. Kaiser Ferdinand II. selbst erkennt die Gefahr und es kommt dann Wallenstein zu ihm und bietet ihm an, ein Herr aus der eigenen Tasche aufzustellen. Dieser Wallenstein wird dann zum Herzog erhoben im Juni 1625 und erhält dann im Juli tatsächlich auch die Erlaubnis, ein Herr auszuheben. Dann kommt es zu Kämpfen zwischen eben den Dänen, dem dänischen Herr und den Truppen von Wallenstein und Tilly. Dabei sollten Wallenstein und Tilly die Oberhand behalten, zunächst am 25. April 1626. Dort siegt Wallenstein gegen einen seiner Widersacher auf protestantischer Seite, nämlich Ernst von Mansfeld, in der Schlacht an der Dessauer Brücke und am 27. August siegt Tilly in der Schlacht bei Luther. Im Sommer 1627 schafft es dann Wallenstein fast das komplette Gebiet im Norden Deutschlands zu unterwerfen und damit war im Grunde auch der Krieg für die Dänen verloren. Es kommt dann am 22. Mai 1629 zum Frieden von Lübeck und fortan fiel Dänemark aus dem Krieg raus. Wichtig noch zu erwähnen ist das sogenannte Restitutionsedikt vom 6. März 1629. Dieses Restitutionsedikt sah wie folgt aus, dass die Protestanten alle Gebiete an die Katholiken zurückgeben mussten, die seit 1552 protestantisch geworden sind. aber ich war ein sehr guter Abagnusset. Untertitelung des ZDF, 2020